In den meisten Fällen muss man nicht operieren, aber wenn das der Fall sein sollte, steht die endoskopische Technik. Das ist sozusagen durch ein starres Rohr, wo man über 3 mm Schnitt an die Bandscheibe herangeht, an den Bandscheibenvorfall. Den kann man dann unter Sicht entfernen und den Nerv entsprechend wieder befreien. Oder die klassische Methode, das ist die mikrochirurgische Technik. Das ist ein Schnitt um die anderthalb bis zwei Zentimeter, wo man auch entsprechend mit dem Mikroskop den Bandscheibenvorfall aufsucht und entfernen kann. Auch klassischerweise mit dem Mikroskop, auch wiederum der Schnitt anderthalb bis zwei Zentimeter. Man geht in die Tiefe, stellt sich diese Engstelle dar und kann dann mit einer Fräse oder anderen Werkzeugen diese Engstelle richtig mit dem Mikroskop, unter der Beobachtung gesichert entfernen und den Kanal wieder auf seine Weite sozusagen herstellen. Bei diesen Wirbelbrüchen treten extreme starke Schmerzen in der Wirbelsäule auf. Das ist meistens das, was die Patienten überhaupt merken. Der Bruch kann manchmal durch ein Bagatell Bagatell aufdrehen, indem sie einen Fehltritt machen. Hier wird mit einer Nadel in den Wirbel vorgegangen unter Röntgenkontrolle und dann der Wirbel wieder aufgerichtet in fast seine normale Höhe. Der Zement, der dann eingegossen wird, stabilisiert den Bruch. Der Patient kann nach dieser halben Stunden OP sozusagen danach wieder aufstehen und wieder herumspazieren. Der Schmerz ist meistens um 90 Prozent gelindert. Für Untertitelung des ZDF, 2020